Wish Halloween Heute erschreckt Mario Luigi und dabei werden seine dunkelsten Träume wahr. In unserer heutigen Mario Odyssey Geschichte dreht sich alles darum, dass Mario Luigi erschrecken möchte, denn heute ist ja Halloween. Mal sehen, wo ist er denn? Ah ja, schaut mal! Da hinten ist er! Da hinten ist Luigi! Und er merkt nicht einmal, dass ich ihn gerade beobachte. Doch wenn ich ihn richtig erschrecken möchte, brauche ich erstmal ein ordentliches Kostüm. Moment mal, ich müsste doch in der Odyssee noch mein Zombie-Kostüm vom letzten Jahr haben, oder? Habe ich damals auf Wish bestellt und irgendwo im Schrank müsste das Kostüm sein. So, nee, das ist es nicht. Ah ja, hier, schaut mal! Ha! Zombie-Kostüm! Okay, so werde ich Luigi auf jeden Fall erschrecken können. Das wird jetzt so lustig werden! Okay, okay, Moment. Hm, wie mache ich das am besten? Ich muss erstmal irgendwie an ihm vorbei. Weil sonst erkennt er mich sofort, sonst sieht er mich sofort. Ich glaube, das Beste wäre, wenn ich vorsichtig an ihm vorbei rolle. Dann erkennt er mich nicht richtig. Moment! Schnell da durch! Schnell, schnell, schnell! Hä? Haha! Ich glaube, er hat mich nicht erkannt. Puh! Uiuiui! Hier bin ich erstmal sicher, es hat funktioniert! Okay, als nächstes schnappe ich mir einen Paragumba. Mit Hilfe eines Paragumbas kann ich Luigi aus der Luft überraschen und springe dann einfach herunter. Das wird die beste Sache der Welt werden, ich sag's euch. So, da ist er. Hey, hey, Goomba, ich brauch dich. Aua! Entschuldigung, ich muss dich mal ganz kurz ausladen, mein Freund. Jetzt fliegen wir mal schnell zurück und dann überraschen wir Luigi. Der wird Augen machen. Der wird sich sowas von in die Hose machen. Das wird zu lustig. Achtung, Achtung. Da unten ist er. Direkt unter uns. Okay, okay. Und im richtigen Moment. Okay, 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 das ist die beste Stelle. Und jetzt! Puh! Mario! Geh weg! Ein Zombie! Mensch, Luigi, ich bin's doch nur. Dein Bruder Mario! Geh weg! Oh Mann, musst du mich so erschrecken? Das ist nicht nett? Komm, dabei warst du schon in Luigis Mansion unterwegs, in der Gruselvilla. Als ob du da nicht schon tausende Geister gesehen hättest, oder? Trotzdem heißt es nicht, dass ich keine Angst mehr hab. Mann, Mario, du bist ein richtiger Nervbolzen. Ach komm schon, Luigi, hab dich doch nicht so. Doch, jetzt mal im Ernst. Das nervt langsam. Als ob du ständig Albträume hättest. Ja, richtig, ich hab ständig Albträume. Ich stell mir die ganze Zeit vor, als würde ich plötzlich auf der Toilette aufwachen und Luigi könnte reden. Luigi kann nicht reden. Ja, ich weiß. Aber trotzdem ist das mein Albtraum. Ach, Luigi, du hast echt komische Albträume. Weißt du was? Ich muss los. Ich geh noch ein paar Leute erschrecken. Tschüss. Warte, Mario, stopp. Ich könnte Mario gut gebrauchen, denn ich hab so das Gefühl, Albträume werden an Halloween wirklich wahr. Oh, 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 oh. Währenddessen in der Geisterjugendherberge. Oh, wow, nein. Was? Ich bin auf... Oh, äh, Luigi, sag mir bitte nicht, dass du sprechen kannst, ja? Ja, warum kann er sich bewegen, während ich mich bewege? Hey, Luigi, komm mal nach oben. Wir müssen hier raus. Oh, oh. Hey, Luigi, vorsicht, Geister. Oh, nein, Luigi, sag jetzt nicht, dass du auch sprechen kannst. Mein Albtraum wird wahr. Wieso? Naja, ist auch egal. Konzentrier dich auf die Geister, los. Was muss ich tun? Ah, ich hab einen Staubsauger. Ja, das weißt du doch. Oh, Mann. Ja. Ich glaub, ich muss erst mal noch üben. Schnell, 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 noch mehr Geister. Ah, Jaxi. Du machst es schon. Luigi, du musst mir helfen. Da ist einer. Oh, ist er weg. Ich hab den Tisch kaputt gemacht. Da ist er. Schnapp ihn dir. Ich schnapp. Noch nicht, noch nicht. Hey. Ah, steh geblieben. Rechte, achs, hab ich dich. Oh, jetzt noch hier die zwei. Komm, 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 komm. Du schaffst es. Du musst mir helfen. Ja, ich suche doch schon mal nach weiteren. Was hast du da für einen Spezialstaubsauger? Warum Spezialstaubsauger? Guck mal, im Bildschirm. Ui, wo sind wir denn jetzt gelandet? Luigi? Ich bin da. Ach, da bist du ja. So, noch mehr Geister. Ey, ich hab einen Pömpel. Ja, den brauchst du auch. Dachte, das weißt du. Ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Im Billardzimmer. Im Billardzimmer? Spielen wir eine Runde Billard? Ja, ja, komm mit. Wir müssen weiter. Wir suchen Geister. Wir müssen 16 Geister sammeln. 16 Geister. Okay. Komm mit, Luigi. Und hör auf zu sprechen. Das ist unheimlich. Wieso? Das ist ungewohnt. Du kannst normalerweise nicht sprechen. Ich kann alles. Mein Albtraum wird weit. Jetzt hab dich nicht so. Ich helfe dir doch. Ich mag Halloween gar nicht. Wow. Jetzt sind wir hier im Arbeitszimmer. Kaminzimmer. Hey, du gehst schon wieder. Oh, warte mal. Laut Kaminzimmer waren da Geister. Wir müssen da gleich wieder zurück. Warte, Luigi. Da, da. Vorsicht. Saug den einen, den Großen. Bernd, das Brot. Bernd, das Brot. Saug ihn einfach ein. Auf der anderen Seite. Warte. Hey, Bernd. Du musst seinen Schweif packen von hinten. Bernd, so. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er, da ist er. Schnell, Luigi. Wir müssen im Team zusammenarbeiten. Ja. Ich hab ihn. Oh, komm, schließe rein. Sieh, Sieh, Sieh. Oh, komm, komm, komm. Boom. Oh, aua. Ich bin jetzt super. Entschuldigung. Oh, eine Uhr. Die nehmen wir gerne mit. Oh, der ist ja wieder da. Wir haben noch knapp drei Minuten, um alle 16 Geister zu fangen. Das schaffen wir. Ich leuchte schon mal, ob ich irgendwelche finde. Aua. Wir müssen jetzt noch mal runter, Luigi. Schnell. Okay. Komm, jetzt hier im Arbeitszimmer. Oder wie du sagst, Kaminzimmer. Jetzt hier. Oh, 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 oh. Oh, Herr Bernd, das ist rot. Ach, du. Mach den platt, mach den platt. Ich kümmere mich um den anderen. Hey. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn doch. Wir haben ihn beide. Jetzt hast du ihn nicht mehr. Aua. Jetzt reicht's mir langsam. Luigi, du musst mir helfen. Ja, du machst immer grüne Suppe aus mir. Da kann ich dir nicht helfen. Erstens kannst du sprechen. Zweitens hilfst du mir nicht. Das nenne ich einen puren Albtraum hier. Jetzt aber. Ich will hier raus. Jetzt. Nein. Komm, hilf mir. Ich freu mich, wenn Halloween vorbei ist. Halloween ist doch die schönste Jahreszeit. Ja, das sagst du als Luigi. Das verstehe ich. Wir müssen den einsaugen. Dann kann ich endlich mal sprechen. Oh, ja, ja, stimmt. Warte mal. Bedeutet das, an Halloween kannst du sprechen, sonst nicht? Ja. Das wusste ich nicht. Luigi, komm. Wir sind ein gutes Team. Ich seh schon, das funktioniert hier mit uns. Ja. Dann gehen wir mal geradeaus nach oben. Nach oben? Meinst du, es sind noch mehr Geister? Ja, hier irgendwo vielleicht. Gibt es hier Geister? Geister. Komm, wir laufen mal nach rechts. Komm mit, Luigi. Okay. Sag mal, Luigi, kennst du eigentlich nicht? Das Lied, es wird auch immer zu Halloween gesungen. Ich gehe mit meiner Laterne. Und heute gehen wir mit der Taschenlampe. So ein Quatsch, Luigi. Jetzt konzentrier dich. Ich saug doch parallel schon. Komm, 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 komm. Guck mal, ich habe eine Aktentasche. Hey, geh doch hier schon wieder. Schon wieder auf der Toilette. So, jetzt. Saug sie ein. Drei, zwei. Gut, gut gemacht, Luigi. Yeah. Ja, ich bin scheinbar. Luigi. Ja. Du bist der Beste. Aber jetzt sind wir. Ja, ich versuch. Oh. Komm, 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 komm. Jetzt. Ah, zwei, zwei, zwei. Und das hier. Entschuldigung. Hey, Luigi. Hey, ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir kommen wieder nach Hause. Endlich haben wir es gemeistert. Yeah, wir sind doch ein gutes Team. Wir bleiben hier. Na klar bleiben wir hier. In der Geisterfärberge. Wir haben noch ein bisschen Spaß. Nein, ich will keinen Spaß. Ich will nach Hause. Ach, komm schon. Oh, Manu. Was müssen wir tun? Ich glaube, wir müssen die Krälen besiegen, oder? 110? Hören wir doch auf. Das schaffen wir. Aber ich will nicht. Jetzt, Luigi, stell dich nicht so an. Okay, du hast ja recht. So. Alles für meinen Bruder Mario. Der hat mich vorhin erschreckt. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nein. Mit seiner Halloween-Maske, seinem Halloween-Kostüm bei Wish bestellt. Bei Wish bestellt? Ja, wirklich. Mach ihn platt, mach ihn ab. Ja, so, jetzt. Super, weiter, weg hier. Die Geister waren dein Metier, die Krälen sind mein Metier. Kann man so sagen. Also, jetzt sind wir hier. Wow, Krälenalarm. Da gibt es Brötchen und Baguette. Alles Mögliche. Brötchen, aufback Brötchen. Ja, alles. Komm, mach sie einfach jetzt platt. Ich bin schon bereit. Auf mit dem Blödsinn. Ein bisschen Spaß muss sein. Mach den platt, wir haben nicht viel Zeit. Vier Minuten nur. Ja, konzentrier du dich doch mal. Ich mach doch schon. Wo ist die Kräle? Ich kann auch nicht die ganze Arbeit alleine machen. Wir müssen noch 80 wegzaubern oder besiegen. Er hat die ganzen Stühle dahingestellt. Ich glaube, das machst du. Reicht gar nicht. Natürlich. Komm mit, Luigi. Wir gehen jetzt da rüber. Wo rüber? Hier. Okay. Wow, das sind noch mehr von denen. Hallo, ihr Fegel. So. Mach die platt, mach die platt. Erst mal anleuchten und dann mit dem Staubsauger, glaube ich, oder? Ist egal. Anleuchten oder saugen. Ah, okay. Geht beides. Oh, okay. Das musst du doch von unserem Abenteuer wissen. Oh, das ist ein Herz. Okay, jetzt schnell weiter. Du brauchst keine Herzen. Du bist Glibber. Ja gut, das ist auch Herzen. 25 an der Zahl, aber trotzdem. Ich habe auch ein Herz als Glibber, Mann. So, jetzt. Ja, schnell, Luigi. Oh, da ist der Bernd wieder. Oh nein, nicht der schon wieder. Und? Mach ihn platt, genau. Saug ihn ein. Hey. Kümmer mich um die Krähen in der Zwischenzeit. Hey, steh geblieben. Steh geblieben. Steh geblieben, die komische Krähe. Luigi, was ist passiert? Weiß ich nicht. Da, da oben, da oben, da oben. Boah, da ist es du schon wieder. Achtung. Ja, ich habe es geschafft. Okay, wir müssen weiter. Keine Zeit für den Geist. Nicht? Tschüssi. Okay. Wir müssen die Krähen besiegen. Okay, dann nicht. 60 sind es noch. Wow. Oh, in der Vorratskammer. Da ist nichts. Weg hier. Okay. Ich dachte, es hätte sich vielleicht ein paar versteckt. Hast du gestern Pizza gegessen oder warum sind die Pizza-Karten? Oh, Lüte. Ich komme. Lüte, rette mich. Du kennst dich wohl nicht so gut aus in der Jugendherberge hier. Nein, jetzt rette mich. Ja, ich muss erst gucken, wie ich dich rette. Mit dem Pümpel wird das nicht funktionieren. Ja, ich probiere alles aus, um dich zu retten. Versuch mit deinem Sauger den Teppich hier wegzusaugen. Okay, warte. Das ist nicht der Sauger, Luigi. Ja. Luigi, saugen. Ich tue mein Bestes. Ja, ja, und jetzt zieh, zieh, zieh. Drück. Ja. Oh, Gott sei Dank. Danke, Luigi. Bitte schön. Wir sind ein super Team. Au, sie hat dich in den Popo gebissen. Ja, aua. Schnell weiter. Oh, hier sind noch ein paar an der Zahl. Mach sie platt. Ja, ich bin schon dabei. Komm her. Und da oben. Au, ah. In der Schublade. Oh, da war Geld drin. Sessel gestorben. Kann ich mir ein Eis kaufen? Super. Ein Eis. Reicht auch für dich? Ja, da können wir uns sogar eine Halloween-Maske kaufen. Obwohl ich Halloween gar nicht mag. Ich bin nur an Halloween lebendig. Ja. Ne, ist auch so, aber du kannst anscheinend nicht sprechen, oder? Ja, meint ich ja. Ja. Oh, schön hier. Egal, ich will weg. Hey, lass uns doch eine Pause einlegen. Okay, wir haben jetzt Zeit für die Pause. Schau mal oben, in der Mitte. Siehst du die Zeit? Ja. In der Zeit müssen wir 110 Creme besiegen. Das sind die Nächsten. Wie sollen wir das bitte in der Zeit schaffen? Das schaffen wir. Immer auf die Bisse bleiben. So, kommst du in meinen Sauger. Sehr gut machst du das. Komm her. So, die andere auch noch. Da oben ist noch eine. Wo? Okay, wir haben sie, wir haben sie. Okay. So, dann gibt es hier einen Bildschirm. Wie ich dich kenne, gehst du wieder durch den Bildschirm? Ja, das macht vielleicht am meisten Sinn. Dann kommen wir schneller von A nach B. Da war noch eine Uhr. Hast du gesehen? Ich habe sie eingesaugt. Gut gemacht. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, Reihenparty im Waschsalon. Mach sie alle platt. Oh, ja. Ey, stehen geblieben. Warte, so. Boah, jetzt hast du aber viel. Hier, rechten Krähen. So. Autsch. Hey, Teppichtörtchen. Jetzt reicht es mir aber langsam. So, haben wir alle? Können wir weiter? Oh nein, noch eine Minute für 30 Krähen. Das schaffen wir. So. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Du bist der, der entscheidet. Okay, aber wo? Wir laufen jetzt. Nee, nicht da lang. Wir müssen links. Nach links. Schnell, schnell, schnell. Ja, beeil dich. So. Gibt es hier Krähen? Nein. Dann vielleicht da. Hallo? Hier waren wir. Ja. Oh, da. Schnell. Saug du die Geister ein. Ich kümmere mich um die Krähen. Okay? Ich finde es viele. So, komm her, Geist. Saug sie ein. Saug sie ein. 1, 2, 3, 4. Auf mich zu attackieren. So. Geist. Wiege euch noch. So. Und da hinten ist noch eine. Hol die Uhr. Ja, ich saug sie schon ein. Aua. Hol schnell die Uhr. Dann gehen wir gleich weiter. So, eingesaugt. Ein paar Krähen noch einsaugen. Ein paar Geister noch einsaugen. Ja, ja, mach das, mach das. Da oben noch eine. Schnell. Okay, wir haben sie, glaube ich, alle, oder? Nein, nein, noch nicht ganz. Einer steht hier noch. Jetzt. Einer steht hier noch. Ja, der stand da unten rum. Ja, ich hab's gesehen. Schnell, schnell, schnell. Beeil dich. Knapp 30 Sekunden. Oh, und wir brauchen noch 17. Ja, das wird eine knappe Kiste werden. Oh, unser Geist ist auch wieder am Start. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Aua. So. Luigi, wir haben es geschafft. Schnell, 20 Sekunden für 10. Für 10. Nein. Wo sind sie? Oh, in einem Raum. Geh rein. Da. 30 Sekunden noch. Schnell. Schnell, 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 schnell. Turbosauger. Wo sind die anderen, wo sind die anderen, wo sind die anderen? Luigi. Okay, sehr ihr kräht. Nein. Ja, drei Sekunden noch. Komm in. Laufsteiger. Rad noch geschafft. Yay. Endlich haben wir es gemeistert. Ab durch die Decke. Sind wir jetzt endlich draußen? Kann ich endlich weg von Luigi? Nichts wurden gut, Kumpel. Immer noch nicht. Wir müssen vier Toadies retten. Vier Toadies. Wo sind die bloß? Das weiß ich nicht. Au. Luigi. Warte, ich versuche dir zu helfen. Aber erst mal. Aua. Hilf mir. Kumpel. Luigi. Hier drüben, hinter der Tür. Ach, hinter der Tür. Wo bist du? Luigi, zieh an den Kumpel. Okay. Luigi. Stab, stab. Wir haben nicht so viel Zeit. Kumpel und... Zieh, zieh, zieh. Äh, 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 ja. Ah, Gott. Halleluja. Du musst vorsichtiger sein, Luigi. Ja, ja, ja. Was gibt es Fallen? Komm schnell weiter, Luigi. Ja. Wir müssen die Toadies retten. Wo sind die bloß? Ah, hier. Toadie, bist du hier? Oh, Geister. Mach sie Platz. Saug sie ein. Ich suche die Toadies in der Zwischenzeit. Ich suche die Toadies in der Zwischenzeit. Ich suche die Toadies in der Zwischenzeit. So, dann gehen wir weiter runter. Hallo? Toadie? Toadie? Keiner. Toadie? Okay. Und dadurch. Die Geister sind egal? Ich glaube schon. Luigi, geh da mal runter. Vielleicht ist da ein Toadie. So. Und, ist da was? Nein, ich glaube nicht. Mach mal die Kiste auf. Eine Kiste. So. Was ist das? Eine Karte. Nein, eine Sonnenwelle, oder? Nein, es ist eine Karte. Schau mal rechts oben. Ah, ja. Da sind die Toadies versteckt. Jetzt sehen wir auf der Karte, wo sie sich aufhalten. Zehn mal eins, zwei, drei, vier. Eine, oder? Ja, die Nummerierung sehe ich zwar nicht, aber du hast schon recht. So. Also, einer ist hier. Aber wo ist der? Kriegen wir den raus? Der ist im Bildschirm, oder? Ah, ja. Ich habe ihn auch gesehen. Anstrahl? Keine Ahnung. Geht das hier? Toadie? Toadie, komm da raus. Toadie. Staubsauger? Pempel? Oder wir müssen mit allen drei Toadies hierher kommen. Vielleicht auch was? Damit der rauskommt. Das ist eine gute Idee. Ja, weil irgendwie ist da nichts. Und die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns beeinflussen, Luigi. Ja, ich habe nochmal den Staubsauger ausprobiert. Schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Ich komme. Oh, nee, nicht schon wieder. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hast du Glieddorf gemacht? Ja, mein Stromausfall. Wow. Mein Albtraum wird wahr. Irgendwo hier sollte der Sicherungsschalter sein. Mit ihm könnte man den Strom wieder anschalten. Ja, nur wo? Oh, Professor, hier geht's. Das wissen wir doch. Aber wo? Ich habe hier unten mal geguckt. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Okay, Luigi. Wir müssen weiter, okay? Ja, ich muss erstmal wieder die Stelle finden, wo ich hochkomme. Mann, jetzt sehen wir gar nichts mehr. Teppichtörtchen. Richtiger Halloween-Tag. Ich mag das gar nicht. Bloß weg hier. Hallo? Hallo, Toadie. Hier muss doch irgendein Toadie sein, oder? Ja. Nee, noch nicht. Nicht? Ein, ein zweiter. Ein zweiter. Wo ist die Tür? Luigi, kümmer du nicht um die Geister? Ich suche die Tür. Ich habe sie gefunden. Ich muss immer die Drecksarbeit machen. Ja, komm, du musst mir helfen. Ja, da ist der Toad. Komm mit, Toadie. Oh nein, der hat Angst, solange es hier Geister gibt. Wir müssen sie besiegen. Schnell. Oh, Toad, du brauchst keine Angst haben. Das sind nur zwei Minuten. Hilf mir. Luigi. Ich habe den Toad am Pömpel. Warum saugst du seinen Kopf? Schnell, schnell, schnell. Ich will, dass er mitkommt. Komm schon, Toadie. Da ist noch einer. Zwei. Komm, Toadie. Luigi, du musst mir helfen, dass du da zu stehen. Ich habe den Toad. Ich schütze ihn. Lass ihn los. Komm, Toadie. Luigi, lass den Toad in Ruhe. Der kann nichts dafür. Nee, der kann nichts dafür, aber der soll doch nicht. Was machst du? Entschuldigung, Toad. Toadie, alles in Ordnung? Komm mit. Oh Gott. Also, wir müssen weiter. Entschuldigung, Toad. Und du musst den Sicherheitskasten finden. Den Sicherungskasten. Ja. Wir brauchen Strom. Wieso muss ich den finden? Weil ich die Toadies retten muss. Ich muss auch die Toadies retten. Ja, aber dann hilf mir doch dabei. Ja, mach ich doch. Luigi, bitte. Ich mach doch schon mal, dass du kannst. Die Toadies renn hier auf und ab. Da. Schnell, 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 schnell. Den Klingel. Hä? Der benutzt einen Toadie als Schutzschild. Toll. Um nicht geblendet zu werden. Nein, das gibt es ja nicht. Ja. Wir müssen den irgendwie aufhalten. Von hinten? Ja, ja. Versuch's, Versuch's, Luigi. Oh. Luigi, hör auf, die ganze Zeit zu saugen. Luigi. Ja, ich hab gedacht, ich hab die Arten gestrahlt. Und guck mal, dass es dem anderen Toadie gut geht. Ja, der rennt da hinten rum. Luigi, wir haben nur noch 40 Sekunden. Wir haben noch nicht mal einen einzigen Toad gerettet. Zwei haben wir doch schon in unserer Opfer. Ja, aber noch nicht abgegeben. Nee, abgegeben noch nicht. Komm, komm, komm. Saugen, saugen. Gewill nicht. Luigi, ich hab ihn, ich hab ihn, Luigi. Ja, jetzt Teamarbeit ist geflaggt. Sau, sau. Komm her, meine Toadie. Nein, es geht krank. Bisher haben wir auch widerspenstige Geister. Aua, Luigi, bitte. Oh, wo bist du jetzt hier wieder? Ja, ich kann nicht mehr. Heißt mein Bett. Luigi, bitte. Luigi. Ja, was soll ich denn tun? Luigi, nein, nein. Alles geht schief. Nein. Das war alles nur ein Albtraum. Es ist alles gut. Ach, herrje. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn Halloween endlich vorbei ist. Da mal schnell weiter. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Oh, hey Mario. Komm mal kurz rüber. Oh, Luigi. Was ist denn los? Könntest du mir einen Gefallen tun? Was ist denn? Kannst du bei mir bleiben? Aber heute ist Halloween. Wir können ja gemeinsam von Haustür zu Haustür laufen und Süßes sonst geht Saures sagen. Dann kriegen wir Süßigkeiten. Weißt du was, Luigi? Das machen wir. Das ist eine tolle Idee. Happy Halloween und bleibt katztastisch. Wo? leigh